Bulex Hi und willkommen zu einer weiteren Folge von... Skylog Ja mit dem Bushman LP99 Ja hallo hier Leute Ich bin auch neu im Projekt und jetzt lass ich mal kurz einen Versuch laufen Wo er mir wirklich sehr gefällt Ich zeig euch mal zwei oder drei Lieder davon Also ich lass jetzt mal laufen Ja ok Ich hab hier den Animated Player Mod Und was ich jetzt als erstes machen werde ist ein Schwimmkurs Oh yeah Oh yeah ist das nicht geil? Ist das nicht geil? Ich schwimme auch Guck wie das ist Wir müssen auf jeden Fall noch ein Schwimmbecken machen Oh Dann... Dann Animated Player Mod und dann ist es geil Egal Leute Ja ich bin jetzt hier mit dem Projekt Mit dem Fireman 8 und dem Netherman Dann wäre das irgendwie irgendwie mit der Stimmung Was scheiße ist dann den Animated Player Mod Ich hab irgendwelche komische Augen Irgend... Ich muss nicht... Ja... Komische Augen meine ich Ja Oh ja Aber das... Das liegt bestimmt irgendwie an irgendwas Ja Keine Ahnung Im Hintergrund würde sogar... Ja ok Ich fahr mal ein wenig Stein Davor mach ich mir eine neue Spitzarte Also ich werde jetzt mal ein paar... Ah ok ich nehme mal die Palanzas Stein und erweitere unsere Insel Damit die nicht so abgekackt sind im Himmel Achso Jetzt weiß ich Ich mach kurz den Regen aus Keine Ahnung Wetter aus Mir ist so an Aber nicht so schlimm Verlierten wir jetzt Ok Ich mach mal Shader rein Mal wieder Mal sehen wie es ist Den Shader hab ich auch gemacht Eigentlich hab ich auch grad keinen Shader drin Ok 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 das dauert Bei dir läuft halt grad ein Staub sauber Oder? Nö Das ist mein PC Der hat.. Der brummelt vor sich hin Keine Ahnung Er macht aber nicht... Er macht aber nichts ganz normal Sondern dann macht er... Mmmm Marei Da drehen wohl gerade die Grafik... Das drehen wohl gerade die Grafikkarte Ich hab die Karte am Rad. Alter, so extrem. Ja, mein Mikro ist da ziemlich laut. Oh, sie ist da! Mann, ich muss mal kurz was beenden. Na gut, jetzt ist es weg weg. Geht mal an den Spawn und werde mich jetzt ein wenig umschauen. Ich hab mal, ich hab öfter... Früher hab ich schon mal gespielt. Sonst hätte ich nicht so viel Geld. Ja, okay. Viel... Mal halt wenig Geld. Schaut mal, wie viel Geld ich hab wohl. Ja, ich hab ziemlich viel... Ja, 1.000. Man, was ist das bei mir? Die ganze Zeit, ich hasse. Also ich muss kurz das beenden. Ich weiß genau, dass das ist. Alter, 1.000 Dinge kannst du dich abranken. Also... Weißt du was ich mein? Probleme mit dem Internet? Oh, ich muss aufpassen jetzt. Sonst stürzt mein Minecraft ab. Oh scheiße, oh man. Ich mach mal kurz einen kleinen Cut. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Ja Leute, bei mir seid ihr immer noch da. Ja, also... Aber was ich mich frag... Ah, das ist... Ah, das ist die hessische. Warte mal. Read... Read left to right. Ja, ich... Ich hab aus Versehen mein Minecraft geschlossen. Ah, gib mir. Ah, mein, du bist bist... Sparling Pets! Warum sind deine... Ah, mein, du bist bist. Ah, mein, du bist bist. Sparling Pets! Warum sind deine ne... Ah, nein. Ah, hey, du bist. Balls are used to trick the mobs into thinking there is a floor there. The science is... ...rass. Ich hab keine Ahnung. Design, was ist ich? Inside, was ist ich? Keep! Ah, die... Ah, okay, okay. And water from flowing into the middle. You can make as many spawning levels as you want. The size of the basic spawner is 16x16. Ich muss noch mal bauen. Ein ganz gut gebaut, aber egal. To kill most mobs and you will need them... ...ein was ich noch zeigen wollte, ist es nicht. Warte mal. Warte mal. Das ist cool. 24 blocks. 24 blocks. If you want this grinder to function as a XP farm, you will need... ...sogar ein L geschrieben, falsch auch noch. ...need to drop them less than... ...24 blocks. Keine Ahnung. Ich bin kein Englischmeister, aber mir egal. Ich hab ein wenig verstanden. Also was das ist, weiß ich auch nicht. Was ist das? This is a basic very compact farm. Side of a zero farm. Hm. Hä? Hä? Hä, was willst du du Spacken, hä? Ich renne jetzt mal weg. Walalalalalala. Mit dein Animated Player Mod, das ist ja richtig geil dabei. Ich bin ein Hacker, Alter. What the fuck? Nein! Du bist gestorben, oder was? Oh, ich dachte schon. Click. Me. Oh. Voting. Wir können ja auch gleich mal voten. Click. Voting. Top Voters. Das geht bei mir irgendwo. Click mal an. Ich versuch, ob... Ich weiß jetzt nicht, ob das geht. Ah, okay, jetzt hat sich eine Seite geöffnet. Ich kann sie auch mal gleich einschlagen. Ähm. Wo ist eigentlich hier der Shop? Gibt's hier überhaupt einen Shop? Ja. Ne, ich glaub nicht. Weiß nicht. Wie man hier Eisen bekommen soll, das weiß ich auch nicht. Aber jetzt hole ich den mal. Was kommt hier? Ähm. Was muss ich denn jetzt machen? Voting. Note. Open. Open. D... Max Forst's Shadowhawk. Keine Ahnung, was das ist. Das machst du gerade eigentlich. Ich will hier gerade voten, aber ich weiß nicht, wie man das macht. Ja. Das weiß ich auch nicht. Ah, vote. Okay. Hier geht... Verpiss dich mal, du behinderte Flieger! They give welcome to Noblecraft. Foreign... Ah. 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 Discussion in Link Stark bei Noblecraft. Deck. Was weiß nicht. Ah. Wisst ihr was, Leute? Scheiß drauf. Die geht lieber zurück. Ich weiß hier... Ich glaub nicht, dass sich das eingeschlagen hat. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich... Ähm. Auf die Seite sich rein... Ähm. Ich bin schon wieder aus dem... Äh. Oh. Warte mal. Ich bin... Ich fall aus Versehen immer hier am Spawn aus dem Server. Äh. Aus dem Spawn raus. Oh. Da kommt jemand raus. Ja, egal, Leute. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das gesehen habt. Weil ich denke nicht... Ich denke nicht, dass ihr das gesehen habt. Ja. YOLO. Ich könnte euch vielleicht nochmal... Nachher zeigen, weil ich dann vielleicht einen Screenshot machen werde. Also Screenshot 1... Führen werde. Warum ist da... Ach so, hier der Lavablock. Ähm. Wo bist du eigentlich? Und ich? Ich bin wieder auf dem Server. Ich komme gleich. So, ja. Bei dir ist das Ding abgestürzt. Ja. Minecraft habe ich ja das wissen. Das wissen. Okay. Es geht bei mir weiter. So, weiter geht's bei mir. Und ja. Okay. Das Lied ist auch geil. Who likes to party? Ich werde es mal etwas lauter machen. Hier. Ich. Bei mir hört sich das nicht so laut an, aber... Ist nicht schlimm. Da 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 da. Alter, das wechs nicht. Und wir sollten mal... Hm. Aaaaaaaaaaaaaaah. Ich farmer jetzt. Dann beeile dich mal, wie viel Koppel hast du? Ne, 21. Weiß. Was bist du? Weißt. Oh, du Scheiße, Alter. Du möchtest mal eine richtige Farm bauen. Ich hab auch nicht gesehen, was... Oh, ich werde jetzt mal eine Farm bauen. Das schmeißt du halt weg. Aber Melon-Deals und so weiter. Ich werde doch mal hier ein Baum bauen. Aaaaaaah! Verpiss dich doch, du Scheiß-Killer-Fliege! Wo? Doch noch so eine. Die fliegt dauernd so nicht mal um, Alter. Weg! Weg! Geht jetzt mal ein wenig, ähm, wo die Kiste hatte. Er liegt Koppel in der Kiste. Blech! Die fliegt dauernd so nicht so, wie der Kiste. Boah, mein Gesicht! Angriff! Invasion! Von der Killer-Fliege! Buh buh buh! Buh 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 buh! Ach so, ist ja nicht. Ich hoffe ihr wisst, das ist eigentlich ein Fehler, aber... Yo! Ich kann die Chance machen. So Hunger habe ich jetzt dann nicht, aber... Ja, okay, das ist aber... Ich werde mal jetzt... Spring einfach... Spring einfach immer rund verwendet. Ich werde mich jetzt mit der Mob-Form beschäftigen. Oh, du behindertest... Ich werde dir noch ein Noido, die Junge. Wie auch immer man das nennen mag. Ich habe keine Stichhacke. Mann, bin ich gut. Was machst du? Ah, ich bin im Block drin! Ich möchte gern Lava sehen. Ui, lol. Guck mal, was ich mach! Oh, jetzt ist die Antinelsverbindung wieder bei mir kraft. Oh, was hier los ist. Guck mal, wo ich bin. Ja, im Block. Ich bin in Lava. Johannes, wenn Txa- early eightrich Polip in den Flächen. Ja, da sind viele Dröckchen- Oldiere. Oh, Ludl3大家3 sind auch weg. Oh, vielleicht nicht. Ich glaube ein paar habe ich noch bekommen. Ich wusste aber warum ich es rausgeraufen hab. Hoセ. Sehr geil. Okay, jetzt werde ich mich mit der Muckmasche fressen. Ich bin sehr schlau. Ich werde ihn jetzt aber auf einem... Ich werde ihn jetzt auf einem... Oh, okay. Ich werde ihn jetzt auf einem... Oh, okay. Die haben wir hier nicht so schön gehabt, oder? Ja, so jetzt schon. Ich mach' einfach Holz. Du hast Holzbestände gepackt. Ja, sorry. Der Baum soll wachsen. Ja. Wo spawnen hier die Zombies? Alter. Finde ich schon blöd, dass hier kein Zombie spawnt. Verpiss dich doch mal, Fliege! Wer, wo? Oh! Auch wenn das nicht symmetrisch ist, werde ich einfach mal hier so vier Blöcke bauen. Ne. Groß bauen. In der Kiste liegen noch ein paar Blöcke. Okay, gut. Ich bräuchte jetzt viele. Nicht mehr, aber jetzt. Geil. Hier oben ist auch nichts. Soll ich es unphänometrisch machen, oder soll ich es symmetrisch machen? Nein, egal. Mach am besten das, ähm, mach ne riesen Mobfarm. Nicht so ne Mini. Nicht so wie eine von früher. Mach mal ne größere Marken. Alter, mein Arm juckt wegen dieser behinderten Fliege und ich kann es einfach nicht mehr aushalten! Da wurde jemand vom Knipper erwischt. Flieger? Ja. Wer will Minecraft spielen? Wer will Minecraft spielen? Er spielt auch zu Hause Minecraft Fliege. Ich hab jetzt das mal reingeschrieben, Yolo. We make a video. Ja, ist ja. Recall. Video. Video. Ja, egal. Rec, recall, was weiß ich. Man, Mikro sind wir weit weg. Bei mir. Aha. Ich weiß nicht, wer porten. Let me know. Soll ich annehmen? Ja, okay. Wenn er nicht auf die Eier kommt. Ja, schau. Ich kann es nicht. So wie ich kann es nicht. Oh, fuck. Haha, Blue. Ich bin ein Lied. Ich bin ein Lied. Ich bin ein Lied. Jetzt legst du ein bisschen. Du legst. Na! Was hattest du? Islan! Nein! Ich hatte eine Steinspitzhacke und Steine und so. Wie viele Steine? 58! Scheiße! Das war auch voll der Bug! Ich stück da einen Flock hin, geht er drauf. Plötzlich verschwindet er. Ja, das ist ein Bug. Das kenn ich. Nee, das war ein Cerelec. Man, Marco, jetzt hab ich eine Frage. Was? Ja, was? Wie macht man das, dass man, wenn man einmal so macht, dass dann alle Blöcke verwendet werden? Wie meinst du das? Dass alle Blöcke, ähm, so sich auf die gleiche Linie gemacht werden. Das find ich komisch. Mit Shift oder was? Was? Mit was? Du kennst es doch von Ungespielt, dass die, ähm, alle, ähm, dass die plötzlich, wenn die einmal so rummachen, im Craftingfeld, dass da plötzlich alle verteilt sind. Gleichmäßig. Ach so, ähm, warte mal, du musst, du musst deine Blöcke nehmen und dann, ähm, linke Maustaste gedrückt halten und das rumführen. Bei mir passt... Ja, bei mir geht da dann aber nur eine Linie immer. Du sollst mir die Blöcke geben. Ja, nimm. Hier, geht dann der was? Mehr abbauen los, du Sack! Arbeite, mein Handlunger! Oh, nein! Du sollst dich vom Bildschirm geholt, du Hohensohn! Ja! Was gibt's noch für die? Da kommt schon ein... Dün, 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 dün! Ach, das hat ich ja schon. Ja! Das, was auch cool ist, ist das da. Also... Ähm... Okay. Und... Und das... ...dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü. Ich hör das gar nicht. Das ist aber voll leise. Ja. Okay, ich kann's vielleicht mal einfach davon machen. Warte mal, ich mach jetzt mal... Ich zieh meine Kopfhörer aus. Ach so. Tja. Ich werde einfach jetzt mal nichts verstehen. Und ich weiß jetzt nicht, ob du was verstanden hast. Jetzt ziehe ich meine Kopfhörer wieder an und habe irgendetwas verstanden. Ja, etwas. Hörst du mich wieder? Nein, hörte ich nicht. Also jetzt, Leute, ich weiß jetzt nicht, ob das mit der Folge jetzt gleich war. Ja, warum weiß ich beide gleich? Vielleicht die nächste Folge drehen. Okay, ich werde einfach durchziehen. Ich kann ja. Durchspielen. Aha, der eine sagt, wir werden durchspielen. Das gefällt Ihnen auch noch, hm? Ja, komm. Ich weiß. Der Wintergarn ist voll komisch. Ja. Okay. Es wird wieder Tag, und nichts ist gespawnt. Okay. Ich brauche Holz. Ich werde jetzt einfach das Holz an wirklich verschwinden. Ich werde mir nur die Fälfte rausnehmen. Denn jetzt ein Fehlerbau bist du schon. Oh, sag doch sowas nicht. Hä? Ah doch. Wir werden noch riesen. Wir müssen eine riesen Insel bauen. Es hat sich ja voll gelohnt. Ich habe jetzt nur 6 Leitern. Warum? Ich werde jetzt so machen, dass wenn ich nach oben gehe, dass ich jetzt Leitern in den Bauern. So. Dass man hier auch angreifen kann, ist auch klar. So. Nein. 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 Auch nicht so. Mann, komm schon Bäume. Wachs. Wie viel Holz hast du eigentlich schon? Ähm. Meine Steine. Mal steckt gerade mal wieder. Und liegt alles in den Truhen immer. Was ich hab. Wir haben ja kein Blockboreker hier. Äh. Sehr cool. Ja. 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 Ich glaub wir alleine sind. Ich denk schon irgendwie. Wenn wir mal ganz spät abends spielen, wo keiner mehr online ist, dann haben wir vielleicht einen Schluss. Ich hab nur noch 24 Uses. Ich hab nur noch 24 Uses. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt eine neue Folge anfangen soll. Nö. Mach einfach durch. Kann ich ja noch schneiden. Ja. Vielleicht mach ich auch zwei Teile draus. Stimmt. Zwei und drei. M1 und 2. Ist egal wie weit wir sind. Hauptsache irgendwie. So. Oh Mann. So. Wie viele Blöcke hast du? Gib mir welche. Ja, ich leg sie wieder in die Truhe. Halt sie kurz. Halt sie kurz. Oh. Sehr gut. Ja. Da war noch ein halber Stack vom Kocher drin. Die sollten mal Bäume einpflanzen. Ja. Die wachsen nicht. Schwachs. Die mögen uns nicht. Wir haben keinen grünen Daumen. Ja. Ich werde jetzt hier mal einen einpflanzen. Schlecht. Das ist schlecht. Auch wenn es jetzt Blockverschwendung ist. Mir egal. Brauch Holz. Was wir denn auch bauen müssen ist eine Baumfarm. Ja. Guck mal, ich mach jetzt blööööööööööö. Du hast irgendwie so Ficksal. Guck mal, was jetzt machen wir das. Cool. Läuft. Beste Baum. Ever. 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 Ich werde das mal lauter machen. Bei Skybog... äh Skybog. Skybog ist beruhigend. Also sind wir ein wenig leise in Skybog. Der Baum ist gewachsen. Oha ist ein großer Baum, oder? Nö, normaler. Der nur schön aussieht. Der sieht nur halt schön aus. Ich hab's erkannt, wo plötzlich ein Schatten neben mir war. Was war das? Hab ich keine drin? Ja hab ich. Ah ok. Es leckt nicht mal. Ja ok, jetzt hab ich Holz, aber nicht genug. Ich hab selbst einen Texteffekt drin. Ich hab auch einen Texteffekt drin. Welches? Ähm, Janina Craft. Ich hab Paypool. Ich bin schon mal vorbei. So wie das aussieht. Setzling. Das hat sich gelohnt. Ähm, ich brauch... Ich hab wieder einen halben Stack. Ich brauch Holz mal wieder. Jei, das klau ich mir auch mal gleich wieder. Oh, ich... eine halbe Stunde. Ja, dann hast du auch eine halbe Stunde. Das kann man nämlich gut schneiden. Ihr schneid's wahrscheinlich nicht. Weil mein Internet das packt. Ey, das Lied... Das Lied muss zum... Ähm, ich würd's euch mal anhören. Also... Das Lied ist irgendwie cool. Das erinnert mich an... Ähm... Nintendo 64, ähm... Bange... Jol! Wie schnell das plötzlich geht. Jetzt nicht mehr. Ja... Da... Du... 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 Es gibt wirklich bei Taddle. Ähm, der hat so eine Musik. Der... Da kommt's mir wirklich vor, als ob die von Nintendo geklaut wär. Du... 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 Die hat ja auch eine Musik, die hört sich auch ein wenig an wie Mario, das kann ich mir auch gleich sagen. Die ich meine wie Pokémon meine ich, okay. Die ist einfach so eine normale Musik von Pokémon. Okay. Ich will so eine. Nein. Das hört sich auch ein wenig an, was ich da gerade für Musik laufen lasse, äh, lassen hab. Das hört sich auch an wie Mario. Ja, ein wenig, hört sich halt ein wenig an, aber... Oah, Mann! Naja. Okay, noch zwei Steine, dann baust du die noch kurz fertig, die liegen in der Truhe und ich... Ja. Können wir mal kurz etwas abfahren. Zuckerrohr brauchen wir, oder? Ja. Wo hast du die zwei Zuckerrohr hin? Achso, schon gepflanzt. Ich pflanze das hier auch noch. Neben dem Baum. Hier, Thomas. Das war falsch. Das ist heiße Blut. Hier kann ich noch... Hier kann ich noch... Hier kann ich noch... Ah, ich hab ne Idee. Also brauche ich Holz, aber richtig viel eigentlich. Ah, okay. Nicht richtig viel, aber... Cooler Platz zum Monster. Hä? Oh Gott. Oh Mann, ich mag diesen Server eigentlich nicht, aber... Das ist der einzige Server, den ich auf dieser Version kenne. Mhm. Da liegen noch Steine. Guck mal. Das ist ne gute Idee. Das ist gut, weil dann kann man da reinlaufen... Ja. Ich brauche noch mehr Holz. Wachsebaum. Humba, 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 Humba. Geh weg. 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 Wollen wir auch jetzt die Folge beenden, oder was? Ja. Beenden wir sie. Hier vor dem Opfer. Hier drin. Okay, dann... Okay, wir würden sagen, das war's für diese Folge. Na ja. Ja. Okay. Dann... Ciao. Ich mal eine... Warte mal. Da fehlt ja noch was. Hallo? Ja. Ich würde ne Bewertung freuen... Ähm... Wow. Ja, du hast schon... Wenn ihr mich für ne Bewertung freuen... Natürlich... Nederman auch. Wenn ihr bei Nederman vorbei schauen wollt, einfach in die Beschreibung schauen. Und natürlich... Einfach mal was... Einen Kommentar hinterlassen ist auch nicht schlecht. Dann... Wird ihr euch jetzt hier sagen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Euer Ushermanep99 und Nederman. Ciao. Und... Tschüss.